Hagen, wie lässt du mich denn wieder rumlaufen? Ich sag da besser gar nichts dazu. So, so ist doch besser, oder? Du bist auch dein Bart, der sieht aus unglaublich. Möchte ich mir mal gönnen, mit so einem Bart zu kommen. Ungestriegelt und fern der Handbar. Ich bin der Kombi. Du bist der Brain. Ich bin der Ping dir und du bist der Brain. Das sieht man wieder. Tschüss. Heute ist mal ein bisschen... Springen in den Monitor. And the weather outside is frightening. Genau, total weinig. And the fire is so delighting. Weißt du, so 60 Grad im Schatten nimmt drauf. And since there's no way to go, let it snow. Let it snow. Let it snow. Wenn's jetzt schneit, dann kann der Trump mich grad mal kreuzweise. Das muss man ja mal deutlich sagen. Weißt du, 30 Grad im Schatten hier... Wir trotzen der globalen Erwärmung. Mit Schnee im Sommer. Genau. Ich guck immer dahinter und denk mir, wieso geht Fraps nicht? Wieso geht Fraps nicht? So. Aber da tun wir, da machen wir ja gar nichts mehr. Ja, eben, deswegen. Es ist so, ich guck immer noch dahinter. Das ist jetzt schon seit ewig... Lass das jetzt so. Heute bei Retro Today. Skill Grid. Für den Amiga. Das können wir nochmal machen. Ohne Spiegel. So, mein Lieber. So, ich hab hier irgendwie... Was ist eigentlich das da? Ach, der Joystick. Ich weiß hier... Hier sammeln sich so Getränke an. Das ist ja furchtbar. Dann konsumieren sie sie doch einfach mal. Ja. Ja. Entschuldigung. Wow. Du guckst auch immer genau so. Es ist aber... Ich weiß nicht, wie ich gucken soll. Wenn ich nicht... Ich kann da oben hingucken, aber das... Wir hatten... Markus, wir hatten das doch schon. Du musst einfach ein bisschen... bisschen arroganter. Ich hab gar nichts... Ich hab's nur... Ich hab's nur... Du musst ja auch nur irgendwie da... Gar nicht so wichtig, wie es jetzt ganz exakt ist. Hauptsache es geht... Genau. Guck dreimal runter, also... Ich will jetzt auch nicht maulen, aber ich rate mal, dass die Pickelhaube außerhalb vom Bild ist. Es tut mir leid, du bist halt so klein. Dreh einfach... Dreh einfach auf der Seite die Kamera... Die... 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 Die Video so ein bisschen. So? Ja. Jetzt ist doch super. Du wolltest, dass ich da runterdrücke vorhin. Ich wollte überhaupt nichts gedrückt haben. So, mach nochmal die Pickelhaube auf. Mal test. So ist drin, oder? Ja, so ist drin. So ist drin. So sind wir drin. Sind wir da schon drin? Oder was? Hallo? 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 Ich bin dein Ohr. Und jetzt ist rum. So. Mach ich halt auf die andere Seite. Sag doch, lass es so. Nein doch... Bevor du es jetzt noch schlimmer machst. Du hast mich so verunsichert. Geht auch. Geht auch. Ich kenn dein Geht auch. Geht auch. So ich... Lass es jetzt so. So. Hier. Du sitzt auf deinem Kabel. Das ist mir jetzt egal. Du hast mich ganz nervös. Mit ich mal auf Augenhöhe. Du hast es jetzt so konfiguriert, dass es nicht wieder immer abschmiert. Vielleicht. Wir dürfen einfach nicht mehr abspeichern. Wir müssen jetzt durchziehen, Hagen. Wir haben das letzte Mal eine Stunde Error validating. Ich krieg die Krise. Es fängt schon gut. Setzt dich mal richtig schön. Du... Wie lümmelst du denn hier schon wieder? Ah, Sklaventreiber. Ja. So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich kann mich jetzt nicht mehr sicher. Ich bin Kabel. Du. Du. Du.